Runde 600 Meter noch bis zur Linie. 14.07 war die erste, 18.06 die zweite Durchgangszeit. So geht es dann gleich in den Schlussbogen hinein mit Lotus Centaur vorne, Casey Scott außen. Georges Burana bleibt an der Innenkante dabei. Dann geht White Phoenix vorbei an Lotus Joker. Dann bemüht sich noch einmal Hope for Children. Aber die drei vorderen Pferde sind weg. Die drei vorderen Pferde an der Spitze mit Lotus Centaur. Casey Scott an der Außenseite. Dann bemüht sich auch Georges Burana. Es geht in den Einlauf hinein mit Lotus Centaur. Casey Scott kam nicht so recht weiter. Georges Burana außen, aber vorne macht hier Lotus Centaur. Den Sack zu Georges Burana. Auf der Linie noch Zweiter vorbei an Casey Scott. Dann Hope for Children mit White Phoenix und Lotus Joker. Letzte Zwischenzeit 1.14.5. Danke. Danke so much, Narco-Head. Danke, Julian Siegner. Danke. Und das war der Start zum 10. Rennen. Alle Pferde treten gelatt ein. An der Innenkante Lotus Centaur bemüht sich um das Kommando. Von außen Kommandant Enterprise gemeinsam mit Giorgis Burana. Es geht hinein in den ersten Bogen mit der Führung bei Lotus Centaur. Die Startnummer 2 vorne. Fehler von Enterprise. Das nutzt hier Giorgis Burana. Hat hier die zweite Position. Wird zurückgenommen hier in den Rücken von Lotus Centaur. Derweil wurde die Startnummer 5 Enterprise nach dem frühen Fehler disqualifiziert. Es geht an den Stallungen vorbei mit Lotus Centaur an der Spitze. Gute Ausgangsposition. Dahinter von Giorgis Burana. Der ist momentan zweiter. Gefolgt dahinter dann von Lotus Joker. Der ist momentan drittes Pferd. Und so sind die Pferde dann im Autobahnbogen. Die erste Durchgangszeit lautet hier 1.14.7. Viertes Pferd momentan White Phoenix. Gefolgt dahinter dann von Hope for Children. Das sind die ersten fünf. Pferde kommen aus dem Autobahnbogen heraus. Es geht dann wieder in die Tribünen gerade hinein. Lotus Centaur die Startnummer 2 und Hilt hier Tjalsma bestimmen hier die Fahrt. Dahinter Giorgis Burana in zweiter Position. Lotus Joker bleibt dran und aus dem Mittelfeld versucht dann jetzt auch Casey Scott Fahrt aufzumachen. Die Stute kann sich hier in äußeren Bahnen zügig verbessern. Liegt hier momentan an der Seite von Lotus Joker. Das gesamte Feld schließt dichter zusammen. Lotus Centaur vorne. Lotus Centaur an der Spitze. Dahinter Giorgis Burana innen. Casey Scott zieht an der Außenseite auf. Dann ist es White Phoenix an der Außenseite. Innen geht Lotus Joker. Dahinter lauert dann auch Hope for Children. Runde 600 Meter noch bis zur Linie. 14,7 war die erste. 18,6 die zweite Durchgangszeit. So geht es dann gleich in den Schlussbogen hinein. Mit Lotus Centaur vorne. Casey Scott außen. Giorgis Burana bleibt an der Innenkante dabei. Dann geht White Phoenix vorbei an Lotus Joker. Dann bemüht sich noch einmal Hope for Children. Aber die drei vorderen Pferde sind weg. Die drei vorderen Pferde an der Spitze mit Lotus Centaur. Casey Scott an der Außenseite. Dann bemüht sich auch Giorgis Burana. Es geht in den Einlauf hinein mit Lotus Centaur. Casey Scott kam nicht so recht weiter. Giorgis Burana außen. Aber vorne macht hier Lotus Centaur. Den Sack zu. Giorgis Burana auf der Linie. Noch Zweiter vorbei an Casey Scott. Dann Hope for Children mit White Phoenix und Lotus Centaur. Joker letzte Zwischenzeit 1.14.5. Dürfenis Burana auf der Linie. Dürfenis Burana auf der Linie. Dürfenis Burana auf der Linie. Vielen Dank.